Als ob du weißt, welche Nummer Voltoball ist. Oh sorry, das wollte ich nicht. Ja, es geht los, oder? Äh, ja. Hi, die Runde fällt an, es geht! Hallöchen, Leute! Halli, hallo, Hallöchen, Leute! Und herzlich willkommen! Fliegen wir in Urlaub? Guten Abend. Ey, soll ich da drauf schießen? Versuch's. Alter, kannst du bitte noch ein bisschen lauter kauen, das wär super. Nein, wir machen ja, ey. Nein, wir machen sogar aus, was passiert. Oh, wow. Oh, wow. Oh mein Gott. Habt ihr schon wieder irgendwelche Fässer ins Flugzeug, ja. Oh! Das ist ja voll die, das ist ja voll die Geile, oder? Ich seh Mogi, ich seh das Fass. Ist das gestorben? Mogi ist tot, ja. Ricky. Ricky. Ich bin nicht tot. Kannst du mich wieder heilen, Mogi? Nein, du wärst gestorben. Nee, kann ich nicht, ich hab keinen Punkt. Wir müssen Traitor kennen. Wer ist der andere Traitor? Jemand hat was nach oben gebraucht, pass auf. Oh, Hogi schießt! Hat er geschossen? Und? Achso, du bist Detektive. Oh, mein. Das waren drei Traitor. Ich hab keine... Nein, ich war nur Bodyguard. Das war... Was für eine Runde. Ich kann dir nach der Runde gar kein Küsschen mehr geben. Ich hab sogar was Gefährliches hochgeworfen. Ich war ein richtiger Anti-Mate. Ich check jetzt erst, was das für eine Map ist. Das ist die Modern Warfare Map. Ja, genau. Ja. Aus MB2 dieser Flughafen. Ey, ich liebe übrigens, dass du wirklich aufs Fass geschossen hast. Ich wusste nicht, dass du resistent bist. Wie auch. Ich hab's mir auch gekauft als Detektiv. Oh Mann, ey. F steht. Die Katze ist super. Uh, Detektiv. Oh, Unschuldigung. Ich bin noch nicht an die deutschen Wörter gewöhnt. Nein, Hockey, geh bitte weg. Oh mein Gott. Wer möchte... Wer möchte auf den Detektiv ohne Explosionsschaden schießen, während er im Cockpit sitzt? Ne. Das hat sich erledigt. Doch. Ne. Ey, der Moggi war sogar schon hier. Auf so Fässer hab ich keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Sind die Fässer schon weg? Ach, kommt schon. Ne, ne, ich hol welche. Ne. Oh, ne. Unterwegs, Detektiv. Okay. Habe ich das denn schon eingesetzt oder muss ich das erst so aktivieren? Ne, das hast du direkt. Okay, hoffentlich. Warte, dann muss ich meinen Joggen auch hinpacken. Äh. Ihr dürft mich mit Fässern zukleistern. Äh. Werde aus Fass geschossen. Ich, aber ich wusste nicht, dass Rikis genau in dem Moment da hingerannt. Warum macht Rikis sowas? Ich hab drauf geschossen, als niemand da war. Wir haben die Kamerstrafe erhöht, deswegen will ich Hockey jetzt nicht erschießen. Mach nicht die Fässer, Kamp. Ja, stimmt. Wir haben die Kamer sehr hocheingestellt. Mal gucken, wie es aussieht. Wer hat ihn wiederbelebt? Hallo. Ist er selber so? Ja, Rikis lebt wieder. Ja, ja, ich lebe wieder. Oh, er hat eine Biene geworfen. Ja, aber er muss doch, also wenn er wieder lebt. Traitor, Traitor, Traitor. Traitor, Traitor. Traitor. Oh nein, die Bienen kommen. Alle gekillt. Oh Gott. Die haben das Fass geschossen. Ja, ich hab's abbekommen. Verpasst euch doch, Mann. Das klingt ganz schön schmerzhaft da draußen, diese Schreie. Oh nein, sie ist reingekommen. Ach, die nerven so sehr, diese Bienen. Ich hasse die wirklich. Ist die draußen safe? Oh, pass auf. Mogi, pass auf. Die Bienen können das explodieren. Was können die? Die können die Fässer sprengen. Ich hab dich gewarnt. Was passiert denn da, Alter? Das ist doch nicht explodiert. Wie oft explodiert der denn? Ja, der Wahnsinn, oder, Hocky? Ja, komm, töten wir einfach. Hocky noch. Ja, okay. Guck mal, das Ding ist. Stark. Ich bin wieder mit dem Bonner Traitor. Ach der, ich hab gar keinen Karma verloren, als ich das fast neben euch in die Luft gesprengt habe. Weil es Traitor sind. Na, ich war Bodyguard, nicht Traitor. Ich hab nicht mein Karma verloren. Boah, hättest du das als Deduction genutzt. Also einfach geguckt und, oh, ich hab gar keinen Karma verloren. Ich weiß nicht, ich hab das erst nach der Runde angezeigt. Nach der Runde. Das Karma, echt? Hocky hat auch jetzt 970. Ja, das wird immer nach der Runde erst angezweckt. Ich hab 1000, obwohl ich die ganze Runde über ne Fässer die Luft gesprengt habe. Können wir das jetzt noch mal wiederholen? Ich hab erschossen. Ey, ey. Ey, ey, yo. Chill. Chill. Wer hat auf Maeve geschossen? Ich weiß nicht. Doch, Fuli hat gekillt. Nein, gar nicht wahr. Hallo, Hocky? Hast du Beweise? Hast du was gesehen? Fuli hat so sehr auf. Ey, ja, ja, ja. Morgi, komm ins Flugzeug und bring'n Fass mit. Ey, hallo, Fuli hat Maeve gekillt. Gar nicht wahr. Ja, ich hör dir zu. Ja, niemand juckt. Ja, okay. Ja, okay. Siehste? Niemand glaubt dir das. Keine Sorge, ich hab ihn. Ich geh ihn überprüfen. Ey, ey, ey. Hocky. Vorsicht, Hocky. Was denn? Fuli schießt. Kann ich eine Healing Station haben, Detective? Nein, ich schieße nicht. Wait, wait, wait. Wer war denn da gerade? Wem hab ich gar nicht so einen Schaden zu machen? Nein, 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 nein. Ich saß dich nicht. Ich saß jemand anderen, der auf dich geschossen hat, nachdem du das gemacht hast. Kann ich jetzt eine Healing Station haben? Jemand ist hier hinterher und hat auf dich geschossen, Morgi. Das Fuli. Nein, ich bin das nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer es... Oh mein Gott, Fuli hat gerade... Er war's, er war's. Oh, scheiße. Ich hab keine... Moment, ich muss nachladen. Same aber. Wir sind zu zweit, Johnny. Ja, aber ich hab keine Waffe. Ja, ich hab legit keine Waffe. Wo ist denn, Johnny? Da ist er. Ich treff ihn nicht. Warte, ernsthaft? Ist das euer Ernst? Ihr seid einfach beide Tra... Wow. Und ich treff ihn nicht. Schieß nicht auf ihn. Ich treff ihn nicht, Morgi. Schieß nicht auf ihn. Schieß nicht auf Morgi. Ich bin der einzige Traitor, der übrig ist. Hockey ist es nicht. Bitte schieß nicht auf Morgi. Schieß nicht auf Morgi. Nimm meine Waffe, bitte. Du Vollidiot! Ich wollte das sehen. Ich wollte das gewinnen. Hockey hat auf Morgi geschossen. Ich hab's auch gesehen. Aber Morgi hat gar keinen Schaden davon genommen. Deswegen wusste ich nicht, wovon du redest. Tony hat vor meinen Augen einfach jemand erschossen, weil er wusste, dass wenn ich was sage, dass Emka als Nab proven kann. Ich war so assig von ihm. Mann, das war aber... Ich wollte auf dieses Fass jetzt schießen, als ich es gesagt habe. Na, ich fand das clever von mir. Aber da hat Johnny dich getötet. Das war voll clever. Ich erwisch ihn nicht. Wir sind zwei Traitor. Oh, ich schieß daneben. Am Ende hab ich dich wirklich noch angeflickt, mich umzubringen. Ja, deswegen meinte ich. Schieß nicht auf ihn. Ich hab nicht auf ihn geschossen. Ich wollte einfach nur... Wenn DeathRinger gehört, Hockey ist es. Ich glaube, ich hab gerade DeadRinger gehört. Okay. DeadRinger? Dann ist es Hockey. Ihr könnt mich gerne einmal schlagen. Ich hab Hockey einmal angeschossen. Und, und, und. Ich hab keinen DeadRinger. Muss er dafür nicht tot sein? Ich hab keinen DeadRinger. Oh Gott, wer hat geschossen? Wer von euch beiden? Nein, nein. Ich hab auf Hockey geschossen. Oh, ich bin so schnell. Ricky, hast du auch nicht gerade geschossen? Nein, ich bin so schnell. Mach die Rolltreppe ein schnell. Oder war Schimtex? Ich hab Hockey mit einem Hockey geschossen und der war Traitor. Er war wirklich? Oh, dann hat er den wieder ausgemacht. Oh. Oh, so ein Sack. So ein Sack. Aber dein Traitor-Kollege, Johnny? So soll ich gar nicht sagen, weil dann macht er den sofort wieder aus. Den nehmen wir mit. Bist du's? Wieso? Na, du standst so weit hinten. Einer von hinten. Was heißt, ich stand so weit hinten? Was ist das für ein Grund? Einer, der nicht bei Hockey stand, sondern bei euch stand, hat auf mich geschossen. Ich biete einen wunderschönen Hockey an. Wer möchte kaufen? Joa, ich hätt gern ein bisschen was von, äh... Es ist wirklich Johnny. So wurde das Instant aufgehalten. Man, ich wusste es. Es muss einer von euch sein. Er war doch links. Oh man, ich wollte extra gucken, dass der Detective da nicht ist. Um das Ganze mal festzuhalten, ich habe keinen Deadwinger gekauft. Wirklich? Nein. War Johnny. Wie unglücklich war das dann für dich? Ja. Für mich aber auch. Ich habe auch auf Hulli nicht geschossen. Er meinte direkt, irgendwer hat auf mich geschossen. Aber irgendjemand, irgendjemand trotzdem hat aus seiner Richtung... Ich war das. Ich war das. Ich hab dann wieder gemeint, du bist dann doch nicht. Ich wollte es nicht zugeben. Ja, du hast mir ja geglaubt, aber... Gute Runde, Hockey. Das haben wir richtig stark gemacht. Ja, danke. Hast du einen Deadwinger gekauft oder was? Nein. Okay, keiner, nichts dafür. Weil ich dachte mir, ich will nicht sollen verzocken, sei ich dem die Golden Diegel. Ja, ja, das war ja fair von dir. Vielleicht hat sich einer auch verhört. Ein von so gar kein Deadwinger. Keine Ahnung. Ich glaub nicht, dass es einen Deadwinger gab. Ich wurde ja auch gefragt, ob ich das gehört habe. Ich meinte, nein. Ja, dann hab ich irgendwas anderes gehört. Besonders für den Traitor-Kollege, natürlich willst du das. Aber eben, Moggy war fair. Ja, das stimmt. Er hat Golden Diegel gemacht, wäre ich inno gewesen. Alles cool. Alles cool. Lalalala. Schicker Skill? Oh, Jump Power. Oh. Was heißt Jump Power? Also viel von der Jump Power merke ich nicht. Nee, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Aber vom Leben merke ich das. Es tut mir leid, euch enttäuscht zu haben. Ja, ich wollt grad sagen. Mach mal Crouch Shumps. Oh ja, kühlt sich das an. Ich kann mich nicht erschossen. Ich halte ihn für vertrauenswürdig. Komm, wir fliegen. Johnny Crouch. Ich weiß. Hier, zack. Aber hier ist ja nichts, wo ich drüber kann. Warte mal, hier vorne. Warum hast du geschossen? Du Frechdachs. Ey Johnny, komm mal her. Was ist denn raus passiert? Kann jemand hier hoch zu mir? Wieso, was machst du da oben? Wo bist du? Was macht der denn? Ich vertraue dir nicht. Du hast mich doch grad gesehen, oder? Wo bist du? Johnny. Ich bin hier oben. Hockey kommst du mal hoch? Bin ich hier irgendwie hoch? Da ist einer. Wer hat die Fässer weggesprengt. Oh, du hast mich doch eben gesehen. Ich dachte, du warst das. Ich will da hoch. Ich brauch jemanden zu boosten. Oh, what the fuck. Räuberleiter, Moment. Ich hab was. Warte, 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 warte. Stopp, 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 stopp. Warte, warte, ich hab keine Munition mehr. Warte, ich hab was, was dir hilft bei der Räuberleiter hier. Räuberleiter hier. Warte noch kurz, ich hab keine Munition, das ist unfair. Fag ich auch nicht. Dann kannst du dann hoch springen hier. Oh, das ist eine unsichtbare Wand. Was macht Ricky denn? Wie spielt der eigentlich? Niemand hat auf das Fass geschossen. Was? Niemand hat auf das Fass geschossen. Niemand hat auf das Fass geschossen. Natürlich. Niemand hat auf das Fass geschossen. Was? Let's go. Ich hab nicht auf das Fass geschossen. Was? Wer hat auf das Fass geschossen oder wollte? Du hast keine Ahnung. Du hast mein Ziel. Du hast mein Ziel. Das war das Problem, Johnny. Naja, schützt, das gibt Sinn. Ich hab ja gesehen, dass du auf Drexkater warst. Tim, hast du dir keine Fässer rumgefangen? Richtig verwirrt aus irgendeinem Grund. Was ist mein? Aber du hattest ja gar nicht zufrieden. Hattest du dir keine Fässer spawnen können mit dem Magnetistik? Äh. Stimmt, ja. Doch, die kann man spawnen. Warum hast du nicht gemacht? Oh ja, mein Gott, ich bin dumm. Hä? Ey Morgi, willst du ein Fass haben? Ey Morgi, willst du ein Fass haben? Das ist eine gute Erfahrung. Ey Morgi, willst du ein Fass haben? 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 Weißt du was? Pass mal auf. Okay, komm jetzt zurück. Ja. Ich hab dir die goldene Diegel. Ja. Und du verwandest sie jetzt an jemanden. Aber an wen? Sag den Namen. An mich? Äh. Du traust dich eh eh nicht. Schade. Okay, da muss ich nicht auf mich schießen. Nicht auf mich schießen! Nicht auf mich schießen! Ich seh nicht! Ich war innocent! Ich war innocent! Was meinest du? Wirfst du da hin? Warum hast du da noch nicht? Oh, er war Tread! Warum hast du dann... Pass mal auf! Ich muss mich auffallen! Ich brauch da ne Hilfe, Maeve! Dankeschön! Fully! Dankeschön! Ich hab nicht verpflichtet, was er getan hat! Ich hab nicht verpflichtet, was er getan hat! Ich hab nicht verpflichtet, was er getan hat! Ne, wisst ihr was? Ich fühl mich schlecht wegen dem, was ich Riki angetan hat! Geht's euch gut eigentlich? Willst du ihn wiederbeleben? Oh, hey Johnny! Ich versuch Riki grad wieder zu leben, haltet euch mal kurz zurück! Danke! Ich möchte ganz was betonen, ich wollte ihn nur provozieren, dass er auf mich schießt, weil ich ja... Was schießt das? Maeve ist es... Komm doch mal kurz! Ich dachte schon, du kommst damit davon... Du bist doch voll am Ballern, keiner gehört! Deswegen wollte er auch nicht auf mich schießen! Was war das gerade? Ich hab auf ihn geschossen! Warum ist Fully nicht instant gestorben? Ich war halt Auftragskiller und hatte keine Coins, das war halt nervig... Du hast Hockey auch noch gestorben so schnell... Ja, weil ich mal wieder die Gold-Diesel... Deswegen auch dieses schlechte Schauspiel mit O, er bewegt sich so schnell... Nein, nein, for real... Aber okay, das ist ein bisschen peinlich vielleicht... Aber er war wirklich mega schnell, ich hab ihn nicht gesehen! Ich hab's nicht gerafft! Ich war einfach voll nicht mehr... Der war voll schon, was geht da? Naja, gut... Nee, aber jedes Mal wird mehr als Traitor die Gold-Diesel... Ich versteh das nicht, Mann! Was ist los? Was ist hier nur los? Ich check aus, nicht! So klein ich doch gar nicht! Das ist mir ein wenig unangenehm! Was willst du denn? Geh weg! Nö! Das ist mein Land! Lass mir gar nicht zu sein, ich kaufe mir ein Buch, ob du willst oder nicht! Nein, du kaufe mir kein Buch, das ist mein Schauspiel! Ich kaufe mir ein Buch, ob du willst oder nicht! Nein! Ich raus sogar hier drin! So, was willst du jetzt tun, ne? Raus sogar hier drin! Das ist ein Warnschuss, hast du's gesehen? Da ist noch einer, du gehst jetzt... Und das ist ein Kopfschuss! So! Er war innocent! Alles klar! Nee, er war... Yes! War Shinigami? War Shinigami? Ja, okay! Oder Death Ringer? Und wer untersucht jetzt... Nee, nee! Oder? Death Ringer? Nee, Shinigami! Er wird als... Oh, da ist ein Schaf, da ist ein Schaf! Oh Gott! Ah, Johnny! Und Johnny hat all das Schaf! Ich verrate das auch noch! Johnny ist Traitor! Oh Schei! Das war schade! Das ist ja kurz vermutet, aber war ich leider nicht! Johnny, save Traitor! Alles klar! Wo bist du, Johnny? Das erzähl ich dir doch nicht, du Affe! Aber, äh, äh, äh... Ne, ehrlich, sag mal! Timo, was ist denn mit dir eigentlich? Oh nein! Wo kommst du denn? Das war ein schicker Molotow-Cocktail, den du da hattest! Oh, dann nehm ich! Oh, da ist ein Jugger-Docke! Kann ich das haben? So, Ricky, ich hab ein Geld! Ah! Mach grad kurz! Mach grad kurz! Ach, Johnny ist er im Twitter! Dann kann ich ja was machen bleiben! Gib mich, Junge! Töt ihn! John, äh, Ricky... Ich war grad im Twitter schon mal zum die Ecke kam! Ich konnte dich widerstehen! Der war immer auch voll krunkig! War auch voll krunkig! War auch voll krunkig! Das war grad wirklich ein Jumpscare für mich! Dreh mich um! Moggi steht einen Zentimeter vor mir! Was soll das? Mit der Shotgun! Ja! Shotgun steht für Freunde, die was unternehmen! Ich war einfach am Trinken grad, man! Ich wollte grad einfach ne Sprenggranate hinwerfen, weil mit den Karma hab ich das richtig Schiss bei sowas! Uh! Wer hat da wenigstens Karma? Also wir haben alle tausend Karma, muss man sagen! Wir alle! Naja, alle! Wir wollen ja auch keine Schöne! Reki, ne? Also, der wurde gerade gepackt! Naja! Alle ist ein, äh... Reiz! Alle ist ein tolles Wort! Das ist ein großes Wort! Denki bleiben wir stehen! Ja! Warte, warum? Jungs! Raus hier! Zwei Mal wirklich! Warum? Was musst du machen? Wir wollen in die Gezäune nebengeschossen! Chill halt! Chill doch! Hau sie! Hau sie! Hau sie! Also früher ist man da immer gestorben bei, wenn man auf die Fässer geschossen hat! So Quark! Nein! Oh Quark! Nein, das war immer super gefährlich! Quark! Nein! So ein Quark! Quark! Aber guck mal, ihr habt dann überlebt! Was hältst du von Quark? Also warum wollt ihr euch beschweren? Ich mag Quark! Ich mag Quark! Ich bin beim Detective! Hat sie nen Namen? Wieso? Ich bin geschützt! Detective, wo bist du? Muschi! Wir sind da bei diesen ganzen Wachen draußen! Willst du meine Muschi streicheln? Verpiss dich! Bleib mir von bleiben! Rick hat nen Jetpack! Na, wollt ihr mal meinen Katzi-Schatzi streicheln? Wo ist denn Rick? Hinter dir, Hockey auf dem Dach! Da oben ist jemand! Ich bin hochgesprungen! Ach da! Oh! Ist das Tor? Nein! Der ist hinter dir! Immer noch! Oh my god! Woah! Das ist der andere! Stimtex! Nein, 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 nein! The fuck! Ist das Stimtex? Moment, ich steh nämlich auf! Nein, 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 nein! Ey! Warte, ich hab... Ne Katze! Ich auch! Geist! Timo! Wo bist du, Timo? Ich bin! Hä, ich? Du ja! Traitor? Ne! Traitor? Wo bist du? Ne ehrlich, sag mal! Lass ein bisschen fair machen jetzt! Sind wir die einzigen beiden oder was? Ne, oder? Ist das hier so dunkel? Sag ehrlich, wo du bist jetzt? Oh nein! Was war das denn? Was war das denn? Warum sind wir ständig drei Traitor? Hallo! Ich dachte, wir können weglaufen! Ey, es passiert irgendwie aktuell zu oft, hatte ich das Gefühl. Wieso? Ich war gar nicht Traitor. Ich würd tatsächlich den Bodyguard sehr gerne deaktivieren, eigentlich die nächsten Runden, bitte. Ja, der Bodyguard ist echt ein bisschen unnötig, glaub ich, ne? Ich hab nicht mal mitbekommen, dass wir das Team gewechselt haben. Aber kannst du den Bodyguard mal ausmachen? Das ist ja auch nichts Besonderes, das ist ja einfach ein weiterer Traitor, oder? Cool, ich hab zum Beispiel nicht mal mitbekommen, dass ich das Team gewechselt habe, weil ich musste eigentlich Johnny beschützen, der war innocent. Und ich hab jetzt als Traitor verloren. Achso, sag mir das doch! Ich bin innocent! Okay, das freut mich für dich. Okay, nice. Die selbstsicher von meiner Seite. Glaub dir, Mogi ist ein Jester? Oh mein fucking Gott! Oh mein Gott! Was passiert da, Johnny? Oh mein Jester! Du hast dir so viel Schaden damit gemacht, ich will dich eigentlich umbringen. Ich hab nur noch 30 Schäden. Kannst du mal aufhören? Nein! Nein! Bitte nicht! Mogi ist 100% Jester. Mogi, irgendeiner von euch, bitte nicht! Wer? Was ist hier los? Was ist hier los? Ich hab auf Riki geschossen. Ich hab auf Riki geschossen. Ja, ich hab keinen Schaden bekommen. Alles gut. Wait! Draußen wurden Leute umgebracht! Wo, wo, wo? Klar wurde sie umgebracht, das ist ja TTT, das läuft Detective. Das war der erste Tag auf Streife. Was willst du eigentlich von mir dahin, hä? Bist du Jester oder so? Du hast ja Riki geschossen auf den Grund! Ich wollte auf die Fässer schießen! Wurdest du hier noch von dir gerade, Mogi? Nee. Riki hat Chilis dabei gehabt. Was halten wir eigentlich von Hoki davon, dass er so still ist? Ich bin nicht still. Bei mir hast du noch grad gelaggt. Ja, halt. Hä? Es lecker wirklich bei mir. Hallo, ich lecker übel rum, ich lecker übel rum. Okay, jetzt geht's wieder. Mogi ist Jester, ne? Hä, es lecker voll! Also, ich lecker übel rum. Ja, ich muss wieder trotzdem töten. Ja. Ja, okay. Wie lustig. Du hast halt wirklich gelaggt. Ich hab's gesehen bei dir. Ja, ich hab übel gelaggt. Ey, stimmt. Wie fand's die Mind-Turtle? Ey, das war Trauma. Ach, Mann. Das war ein Trauma. Ey, ich hab Position getauscht und hab einfach vor mir so ne Mind-Turtling gelegt. Bam! Das war sogar exakt die Stelle, wo ich mich selbst mit der Mind-Turtle gekillt hab. Immer wieder. Du kannst es doch einfach nicht lassen. Gott, haben wir viel Shit. Er liebt einfach die Chilis. Das soll man da machen. Wir schießt'n da direkt. Warte. Ja, ist hier wohl direkt jemand... Direkt, wo jemand so tritt und dann... Ey, Hockey! Na ja, das stimmt nicht. Na ja, Maul jetzt. Komm. Es leckt. Es leckt. Ja ja, trotzdem bist du's. Ah, 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 ah. Ich hör dich nicht. Oh. Hallo, Johnny. Hi, Ricky. Also, dann ist Maeve und Hockey wahrscheinlich. Wer, 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 was? Junge, wer schießt denn hier die ganze Zeit? Von wo wurde ich... Was? Junge, nervt doch nicht. Alter, wer ist das? Von Hockey, oder? Ja, Hockey ist bestätigt. Hockey ist bestätigt. Hockey, töt' ihn. Töte ihn. Hockey ist bestätigt. Oh nein! Du hast schon gemerkt. Du hast schon gemerkt. Nee, du hast nur gemerkt. Hey, chill, chill, chill. Alter, ich hätt' ihn so umbringen können. Scheiße. Alter. So clean, Alter. Einfach wirklich durchgelaufen, alle geholt, krass. Hockey hat das einmal gespeedrunnt. Mann, ich wusste nicht, dass sowas existiert. Diese POV sollte man sich anschauen. Ich bin da nicht dran gewöhnt. Ich hatte diese POV tatsächlich. Bei meiner Folge. Ja, da kann man sie überall anschauen. Wie lustig. Ich dreh mich um. Auf einmal lebt Johnny wieder. Oh Mann, ey. Und ich merk nicht. Alter. Ist doch noch bisschen. Wir müssen Popcorn hin. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Ich hab's gar nicht mit dir stehen. Nie, habs gar nicht mit dir stehen. Jörg, weiß ich wie gegangen, was hat das Ganze dann neben dem. Moggi? Ich fuhre mich grad zurücklehnen. Jo? Komm mal hierher, du Schwanz. Ich bin hierher. Wo bist du? Was für'ne Wortwahl hier. Bei den Büchern. Bei den Büchern. Kam ist das so ne geile Waffe. Ich fass das nicht. Ja, geht, ne. Moggi wo bist du? Ich bin bei den Büchern. Ich würd gern Herr der Fliegen. Herr der Fliegen. Ich hab noch einen Bücherladen. Hier links. Bleib da Morgi. Moment. Morgi, bleib stehen. Ich hab was für dich. Hinter dir. Du hast die Wahl. Töte, wo du glaubst, er ist es. Er war es. Golden Diegel gewinnt. Okay, krass. Warte, warte, stopp. Wow. Warum? Ey, das war so ein guter Play. Das war so Smart von Morgi. Warum wurde er jetzt abgeknallt? Ich hab selber geschossen. Du hattest Golden Diegel. Ich dachte mir, wenn der Detektiv mir vertraut, dann wäre ich selbst vertraut in mich auch nicht. Dankeschön, ich bin stolz auf dich. Das war das Gleiche, was Hocki passiert ist vorhin. Oh mein Gott. Nur Morgi hat es direkt selbst beendet. Ich hätte keine Lust alleine Traitor zu sagen. Das macht das weh. Ich dachte, du hast mich gekillt, um mich später wiederzubelegen. Mervi, ich kann nicht widerstehen. Damit du halt proven bist. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist los? Morgi war es übrigens. Oh nein. Ich meine, das hat er verdient. Er war kein guter Traitor-Kamerad. Ich meine, ich hatte halt ne random Gang. Er ist nicht Traitor oder was? Nein, letzte Runde. Er hat mich erschossen. Scheiße. Morgi ist jetzt so sauer auf mich. Es tut mir so leid. Hast du ihn umgelegt? Oh mein Gott. Ey, ey, ey. Ich mach hier nur Lampen hin. Lampen? Ja. Das ist natürlich immer Hockey. Maeve ist gestorben. Was zum Fick? Ne, ich mach jetzt hier weiter. Hä? Johnny! Hier ist es schön hell jetzt. Wer ist denn da gerade weggelaufen? Hockey ist in diesem Haus. In diesem Haus. Ja, hier, äh, daneben hier. Warte mal kurz, ich kann mir doch was kaufen. Ich check nicht, wo Morgi ist. Ich check selber nicht. Fully kannst du vielleicht noch ein bisschen schlechter erklären. Oh Gott. Oh, das ist Fully. Ja, Gott. Mann, wie sieht Morgi denn aus? Er ist unsichtbar. Scheiße, scheiße, scheiße. Lass mich mal in Ruhe. Lösch dich. Nice. Nice, Fully. Ah, es tut mir leid. Johnny hat einfach neben mir ein Fass hochgejagt oder was ist das passiert? Nee, ich hatte eine Random Gun für dich. Und, und was, und dann hast du mich erschossen, was? Ja, weil ich... Und mich ist dann durch Welt ausgeschaltet. Ja, weil du hast die in die Mikrofelle wahrscheinlich... Weil die Random Gun irgendwie so komische Scheiße gemacht hat. Ja, die hat so ein Fass geschossen. Deswegen war da auch diese Linie an dem Fass. Ah. Ja, das war... Ich stimme für dich zu, dass ich das verdient habe. Es war aber trotzdem nicht cool. Immer siehst du es ein. Fassungslos. Was ist da los? Maeve, der war stark. Ich will wissen, dass du weißt, dass ich den gehört habe. Okay, danke. Also, das haben wir nicht auch versorgt. Maeve? Das ist der Tote. Hier draußen liegt... Hallo! Warum? Okay. Warte, was ist hier los? Dicki, warum schießt du plötzlich? Mocki, 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 Mock! Lebt doch, warte, wer lebt jetzt noch? Fully lebt noch. Der alte... Ach, du Scheiße, Maeve. Oh, ja, danke. Ja, ich war so ganz alleine, ey. Da ist eine schnelle Runde jetzt, ey. Da konnten wir nichts machen. Oh, Mann. Jemand hätte nicht mit einem Fass in der Hand herumrennen können. Ja, der Anfang war natürlich nice. Ich bin rausspaziert und bin zwischen zwei Illustranten. Denken wir schon wieder, oh nein, wir kriegen diese dazu. Ey, jemand hat hier gerade die Farmas geklaut. Ey, wer hat die Farmas geklaut? Ja, ich war das. Oh, Mann, ey. Ja, leck mich. Oh, Mann, ey. Geht das Fass noch in die Luft, sobald die Runde startet? Nein, nein. Ich bin mit meinem Fass gegen seinen Fass. Und dann sind wir beide explodiert. Nicht die Fässer. Trotz ist auch eins. Ja, aber ich hatte das Magneto-Stick-Fass. Oh. Ich hatte keine Explosiven. Maeve, 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 Maeve. Was machen wir da am besten? Warte mal. Switch the color. Ey, ey, ey! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Wer war da? Wer war da? Wer war da? Oh, der war immer so gut. Ich war da nahe. Oh, krass. Ich hab Schimtex mit dem Fass reingehen sehen und dachte mir... Ich war jetzt für mal voll gefrankt und da war schon wieder ein schwebendes Fass. Was soll ich denn machen? Ich dachte mir, ich bleib einfach bei Schimtex und dem Fass. Das wird schon gut gehen. Ich hatte direkt wieder Explosionsschaden gekauft und ich hab's noch überlebt. Ich hatte den richtigen Riech. So, komm, jetzt aber. Haben wir eigentlich mal Amor gehabt, seitdem wir... So, jetzt haben wir hier langsam, oder? Stimmt, wir haben Amor aktiviert. Ja, wir haben eine neue Rolle eigentlich aktiviert für die Leute. Oh, danke, Mann. 266 Leben dazubekommen, meine lieben Freunde. Ich hab 90. 193 hab ich. Ich bin komplett alleine. Ich bin Detective. Das bedeutet... Oh, hey, Maeve. Wer ist denn dahinter? 167, glaub ich. Wieso? Wir eröffnen eine Hetzjagd. Hast du mich geküsst gerade? Auf wen? Auf wen? Johnny, mein Flashfair. Was, warum? Töten ihn mit Crowbar. Kannst du joken. Aua, nein. Mit Crowbar töten. Da, da, da. Da ist er. Da ist er. Ah, ich hab selber einen Kuss. Da ist er. Aua. Töten ihn. Warte, muss ich was küssen? Ich will mich heilen. Ah, Johnny. Nice. Er ist erst durch den Boden gefallen. Was ist immer passiert? Nachdem wir beide jetzt hier rumgemacht haben, können wir uns eigentlich vertrauen, oder? Ja, wir können uns was bauen. Johnny ist Traitor gewesen übrigens, würd ich sagen. Was hat er gemacht? Okay, Johnny war Traitor. Johnny war Traitor. Was hat er gemacht? Ich hab ihn grad draußen gesehen, glaub ich. Warte. Aber ich fand's unfair, dass ich auf Johnny eine Herzjacke erledigt hab. Ja. Komm her, Johnny. Ja. Okay, war der andere. Scheiße. Mal wieder, mal wieder. Oh, ihr wart da lieb? Yeah. Da war Johnny hinter dir unterwegs. Ich dachte, wenn Hock jetzt auf mich schießt, der wird mich sofort rechnen. Und die Liebenden haben es geholt. Moment, wie waren die Liebenden? Ja. Ich hab dich... Hä? Ich dachte, wir haben nur so auch Spaß. Wolli, willst du mal meine Katze streichen? Was? Hä? Ich hab dich mit dem Kuppenpfeil abgeschossen. Ich hab's nicht mitbekommen. Das ist für ne Waffe. Wow. Aber guck, du siehst, auch ohne Engine lieb ich dich, ja. Detective. Oh. Schon wieder. By the way. Detective, willst du mal mein Kätzchen streichen? Das ist so scheiße als Auftragsmörder, das ist so kacke. Äh. So bin ich eigentlich so schnell gestorben. Oh, Hocky Chester. Oh nein. Hä, wieso? Mhm. Er hat gerade gesagt, als Auftragsmörder ist das so kacke. Oh, ist das so scheiße. Dankeschön. Er wollte, dass er stirbt. Oh, ich bin auch... Nein, kann ich auch Auftragsmörder, Alter. Was machen wir jetzt? Achso, okay. Ich war gerade eben Auftragsmörder und musste dich töten. Okay, okay, okay. Äh, okay. Okay, Johnny, wir... Scheiße. Wir haben noch nicht mal in einer Runde. Oben stand doch keiner. Jetzt bin ich der Moggy in dieser Runde, oder was? Ich hab nicht mal ne Sniperwaffe. Äh. Äh, Ricky fällt dir Johnny da gerade oben auf. Ha, komm mal da oben! Noch Intimidoren! Was macht der da oben? Hilfe! Ich wurde am Fahnenmast aufgehangen, an der Unterhose. Hat der es verdient? Ich muss noch viel drauf. Los Johnny, was machst du hier? Lauf doch! Ich muss leider wirklich die Portaigan ausmachen, ey. Mach das doch mal nicht dahin, wo ich grad bin. Ey, ey! Nein! Nein! Oh, bist du jetzt auch hier? Ich bin auch hier. Oh Mann, die Portaigan ist doch scheiße. Fully. Fully, wollen wir die beiden da oben killen? Wir sind ja sowieso Traitor. Kann ich hier durchschießen? Ey, ey, ey. Das wär witzig. Hallo, hallo! Wie wärs mal mit Treffen? Kurze Frage? Fully war wirklich Traitor! Dachtest du, ich bin dein Traitor-Kollege, Fully? Ich hab ne Brandgranate geworfen. Was geht hier oben? Alter, zieh dich mal jemanden! Fully, da bist du Traitor-Kollege! Ich? Oder wer? Ne, Mogi, glaub ich. Ey, ey, ey! Schieh doch! Wie ist das da oben? Mogi's Traitor, Mogi's Traitor. Siehst du diesen Johnny? Ach so, warte. Oh. Ich komm nicht hoch zu ihm, Mogi's Traitor. Ich hab Fully gekillt. Oh Mann, Alter, ich darf dich von hier aus nicht. Spannende Wunde auf jeden Fall. Fick dich doch! Komm mal weg! Nein, ich fühl's nicht. Du lässt mich doch bitte in Ruhe. Natürlich bist du das. Ich hab's doch gar nie gesehen. Yeah! Mein Gott! Hast du nicht gemerkt, dass du kein Schaden bist? Oh mein Gott! Was? Scheiße. Wird gelaufen, Mogi. Ich wollte ihn nicht Fully wiederbeleben. Ich dachte, es hat ja auch niemand geredet sonst. Das waren ja alle Purs. Ich dachte. Ich dachte es. Du hast nichts gesagt, Maeve. Ich wollte ihn erstmal wiederbeleben. Wer war denn jetzt Fully? Willst du Fully wiederbeleben? Der war bei mir die Leiche. Maeve und ich waren Traitor. Ich dachte, die wäre auf dem Dach gewesen. Ich weiß ja auch nicht, weil die ganze Zeit neben der Leiche kommt. Also war Fully tatsächlich Traitor. Das wusste ich ja nicht. Ich war tatsächlich Traitor, aber mein Plan war, dass ich mit Mogi, dass ich einfach mitspiele und dann hoffe, dass Mogi auch gekillt wird. Und ich dann so viele noch mitnehme, wie's geht. Aber niemand hat auf Mogi geschossen dann im Endeffekt. Dabei war das so verdächtig. Du warst aber Chester. Hockey! Mogi hat dich ja ungebracht. Hockey, 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 Hockey. Ja, bitte Mogi. Mogi ist gerade gestorben, weil er mit einer Golden Eagle auf mich ging. Ich konnte nicht widerstehen. Es tut mir nicht. Ich konnte nicht widerstehen. Es tut mir so leid, Maeve. Okay, Hockey ist Proven Indo. Ja, ich bin Proven Innocent. Und ich habe die Golden Eagle auf mich geschossen. Mogi ist gestorben. Ja, weil er auf mich geschossen hat. Mit der Golden Eagle. Wer hat die Golden Eagle jetzt? Ich. Das ist gefährlich. Dann ähm, schieß auf jemanden. Für dich oder was? Du könntest auf mich schießen. Hockey sollte, ja, Gemeinheit würde ich sagen. Uli, guck mich nicht so an. Ich habe gesagt, guck mich nicht so an. Rikki ist es. Rikki ist da hinten. Der hat ein Waluigi. Waluigi Time. Ja, alle vorgekriegt. Ach shit, als ob alle schon tot waren. Mogi, Maeve, man kann den Waluigi Counter erst kaufen, wenn man drei Punkte hat. Gott, Fetti schlagen. Ja, das ist mit Absicht so. Das haben wir so. Die Striker ist wundervoll. Aber so, ich muss mal die Portal-Gun deaktivieren. Nee, ich habe nicht irre deswegen gesagt. Ich habe irre gesagt, weil ich mich gerade nass gemacht habe. Ich habe getrunken. Haben wir die Portal-Gun deaktiviert? Ich habe mich auch schon mal nass gemacht. Ja, aber... Ja. Da war ein heißes Getränk auf meiner Hose. Das ist super unangenehm. Das ist so eine Schnabeltasse. Okay, oder... Ein heißes Getränk auf meiner Hose, Jungs. Ein heißes Getränk auf meiner Hose. Aua, ah. Oh, das tut weh. Du hast was Heißes auf deine Hose verschieben? Aaaaah! Ja. Wenigstens war es kein McDonald's-Kaffee, der Verbrennung dritten Grades verursachen würde. Aua. Allgemein so diese... Einweg-Kaffee-Dinger, die sind so... Ich glaube, Ricky ist gestorben. Der hat gerade einfach voll geschrien. So, will jemand, äh... Das macht er ab und zu. Okay, dann ist Ricky gestorben. Einweg-Kaffee-Dinger, mate. Meinst du, meinst du Kaffee-to-go? Ja, genau. Ich habe Ricky gefunden. Der ist übrigens tot im Flugzeug. Okay. Willst du eine Golden Eagle, Mogi? Er hat sich wahrscheinlich... Leute, wenn ihr jemand mit einer Cat-Gun neben euch seht, tötet ihn, weil er wurde mit einer Cat-Gun getötet. Okay. Haha. Aha, shit. Jetzt hat der Traitor genug Zeit. Jemand mit einer Cat... Ah. Jawohl. Vielleicht erwischt man ja trotzdem noch jemanden mit einer Katze in der Hand. Also, woran ist Ricky gestorben? Warum sucht er jemanden mit einer Katze in der Hand? Was soll das? Muss ich... Okay, ernsthaft. Warum sucht er jemanden mit einer Katze in der Hand? Ich habe nicht eine Katze. Weil Ricky von einer Cat-Gun getötet wurde. Weil Ricky von einer Cat-Gun getötet wurde. Okay, Mogi ist es. Ich habe Ricky nicht erschossen. Okay. Warum sucht jemanden mit einer... Also, eine Cat-Gun... Und wo warst du, als Ricky erschossen wurde? Johnny wurde auch gekötet. Ja, oben halt oder so. Oh, hi. Wurde Johnny getötet? Auch mit einer Kat-Gun? Oh, ich bin schon wieder weggelaufen. So, er hat keine Chance. Traitor. Er war wirklich Traitor. Und er war es. Johnny wurde auch mit einer Kat-Gun getötet. Scheiße, Mogi. Da wurdest du ja eiskalt erwischt. Er hätte die Waffe wechseln können. Er tat es nicht. Diese Katze. Er hat sogar gesagt, dass er sie hat. Ja. Der Johnny wurde auch mit einer Katze gekillt. Er hat dazu eingeladen, dass man ihn umbringt. Ja. Und wer ist jetzt der Komplize? May wahrscheinlich nicht. Du hast Mogi getötet, oder? Ich habe Mogi getötet. Oh mein fucking Gott. Shim-Tex. Ach, schade. Mann, Mogi war das gar nicht. Ich habe ihn gekillt. Ich habe dann Johnny gekillt. Und dann kommt ihr auf einmal. Wir suchen noch jemand mit der Kat-Gun. Oh nein. Ich dachte mir, wenn ich jetzt nichts sage und ihr mich mit der Kat-Gun erwischt, dann werde ich doch hier direkt ärger. Du warst doch gerade da, wo du die austauschen konntest. Ja. Hättest einfach gar nichts zu sein. Ja, du hättest die austauschen können. Aber ich wusste gar nicht, als normaler Innocent das auch sehen kann, mit welcher Waffe getötet wurde. Ach stimmt. Wer ihn gesehen hat zuletzt. Ja, genau. Ach stimmt. Ich bin schon wieder Detective. Oh nein. Schon wieder. Wenn Ricky Detective ist, dann wird irgendjemand gleich sterben. Ja. Weil ich ihn gerne Golden Eagle habe. Das ist eine neue Runde. Oh mein Gott. Du hast mich fast mit dem Fässer erwischt. Oh mein Gott. Was soll das? Maeve. Was sollte das denn? Wer hat dann geschossen? War das Mogi? Ich war das. Mein Gott. Ja, dann haben wir das ja geklärt. Hey Johnny. Johnny. Komm mal her. Das geht ab, Mann. Was geht? Komm mal mit. Komm mal mit. Okay. Stimmt extra Traitor. Ich hab so Angst. Hockey bringt mich gleich um. Ich hab ne Golden Deagle gehabt. Und ich hab ne Mind Turtle. Was ist? Was zur Fette? Wieso noch jemanden, der eine Katze in der Hand hat? Ich hab ne Katze in der Hand. Ich hab ne Katze in der Hand. Hä? Was zum Fick? Warum sagst du die? Riki, was soll das denn? Hä? Er ist nur ein Turtle meingelaufen. Ja, er hat sie gelegt und ist da reingelaufen. Warum? Scheiße. Du bist Rated. Ich dachte, ich komm da schnell genug weg. Nein, nein, nein. Ich bin ein Auftragsmörder. Ich hasse das. Ach so. Ich dachte, ein Auftragsmörder ist doch scheiße. Da war noch ein Turtle Granateschein. Ich konnte dich überhaupt nicht erwischen als Rabe. Was soll das denn? Nee, du kannst halt als Auftragsmörder auch andere Leute drin kriegen. Ich war keine Rabe. Bei mir warst du ein Rabe. Bin ich immer noch? Nee, oder? Danach warst du keiner mehr, aber davor doch. Ja, ich hab mich da geswitcht. Ja, ich hab ja da schon versucht, auf dich zu schießen. Ach so. Sorry, sorry. Da hab ich mich ein bisschen versaut. Scheiße. Ich bin schon wieder Detective. Maeve? Das war auch blöd. Maeve? Komm mal her. Ja, tut mir leid. Oh, Fully is Chester. Ihr habt mich gerade angeschossen. Ich hab keinen Schaden bekommen. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Er hat keine Zweite. Gar nicht wahr. Er ist Chester. Bin ich nicht? Ja, genau. Nein. Maeve, fach an. Wir schießen auf mich, Fully. Nö. Warum sollte ich auf dich schießen? Warte. Ich bin ja innocent. Aua. Hey, hey, hey. Warum? Er ist Chester, Junge. Ja. Wow. Er steht so extra bei den Explosiv-Festern. Du Bastard. Was? Was? Schau mal da mal rüber. Schießt du mir noch Fully? Nee, ich täuscht mal an. Er schießt auf mich. Hallo. Er will so sehr in meine Mully reinlaufen. So glaub ich nicht. Ja. Oh, Achtung, Fully. Achtung, Fully, Achtung. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pass auf. Ich sprich rein. Wait. Maeve? Hm. Okay, du lebst noch. Rikki? So Maeve. Ich glaub Rikki ist rot. Maeve, ich hab gesehen, er hat Muggi gekillt. Maeve, 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 Maeve. Warum hängst du denn Muggi so am Arsch, Alter? Das schmeckt in der Tasche oder was? Warte, ich muss nachladen, bitte. Was riecht der da? Lass mich doch mal jetzt kurz in Ruhe hier. Okay. Oh nee, jetzt kommt der Arme schon. Das ist mir zu schnell. Fuck. Ah fuck. Oh, da. Let's go. Oliver Nahen hab ich gar nicht. Jetzt kann ich nicht gehen. Alter, was hatte ich denn für eine Scheißwaffe? Maeve, ich wollt Rikki einfach umbringen, weil dann wären wir da einfach abgehauen. Ich weiß. Aber es ging nicht. What the fuck? Du hast es ein bisschen verfolgen. Du hast es einfach nicht gestorben. Na, ich dachte, du schießt sofort. Was wäre passiert, wenn ich mit der Golden Deagle auf Johnny geschossen hätte? Dann hätte Johnny gestorben. Du wärst am Leben geblieben. Ja. Boah, das wäre... Ich wollte mich erschießen einfach mit der Golden Deagle. Aber... Ja, mach's doch. Ja, du hast ja geschossen, dann. Ich konnte dich ja nicht erschießen. Ja, ich wollt ja Maeve umbringen. Rikki, das war der einzige, der da war. Ich weiß, ich weiß. Wir haben aufgefallen, dass die Kisten die aussehen wie ein Penis, auf dem ich gerade stehe. Nein, wo stehst du? Ich will den Penis sehen. Ja. Nein. Was? Natürlich kann doch hier rauf. Oben drauf, oder was? Oh, pass doch auf. Mach mir jetzt mein Tachelles, okay? Mann. Ja, okay. Ist okay. Ja, siehst du. Oh nein. Oh nein. Johnny drehe ich mal um. Es ist so verlockend. Wie, wohin? Ja, ich hab das gesehen. Das Flugzeug brennt. Chimtex ist Traitor. Er hat mich erschossen. Ich bin Okkultist. Ich bin zum Leben mehr weckt worden. Nein. Er schieß Chimtex. Warte mal, dann ist der mal hoch. Achso. Dann ist aber Folies auch Traitor. Nein, ich bin Okkultist. Chimtex hat eine Turtle geworfen. Der ist im Cockpit. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ist das eine Turtlemine? Hallo? Ich bin nämlich die Mund gegen Explosionen. Ich kann mich darum kümmern. Keine Sorge. Ich hab die kaputt geschossen. Oh. Ja, ist auch gut. Ey, ey, ey. Ich dachte es bestimmt nicht. Alter. Ich hab keinen Punkt. Chimtex. Ich hab keinen Punkt. Rikki, schieß mal weiter. Also Rikki, ist es? Ne. Ich dachte bestimmt, nein. Wow. Okay. Er war es nicht. Ja, es ist gut. Let's go. Oh. Hä, warte. Wie bist du gestorben? Kopf rausgezogen. Was? Was denn? Wie sind denn gerade alle gestorben da? Ey, ich wollte abhauen vom Detective. Wohin ist er verreckt? Ich hab mit einer Silenced AWP auf ihn geschossen. Ach, du warst auch noch da. Ja, okay. Oh mein Gott, das war so zeitgleich. What the fuck? Oh, mit Okkultisten war echt schade. Das hätte echt gut klappen können. Ja, holy shit. Ich denke mir so, ich kill Fully, easy, kein Stress. Und dann sehe ich dieses Feuer und denke mir so, nein. Ja. Ja, Fully ist halt auch ein easy kill. Ja. Ja. Bisschen schade. Das ist nicht wahr. Das stimmt, der ist nicht gestorben. Was soll das denn hier? Ey, Jungs, wo seid ihr denn? Ich hab mich im Cockpit versteckt. Kann ich nicht nehmen? Der hat, wenn er weniger als 25 Leben hat, wird er einfach wiedergeboren, oder was? Genau. Solange du ihn nicht One-Shottest. Essenziell. Wie ist es da oben, Riki? Ach, hier seid ihr. Hi. Oh, ich vertraue Fully gar nicht. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Ich vertraue Riki nicht. Ach komm, Hockey. Keine Angst. Ey, ey, ey. Hockey-Maus. Riki klickt, wenn er so lacht. Das ist hier mein Gebiet, Riki. Ja, wie Voldemort. Ja, das macht er mit 80. Ey, 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 ey. Riki ist ziemlich lang im Endeffekt gerade. Riki steht ziemlich verdächtig hier rum. Ich bin nicht im Ferderstab. Ich bin nicht im Ferderstab. Was warst du dann die ganze Zeit? Was hat er mich dann für 30 Sekunden komisch angestarrt? Jaja, ich war das. Ey, 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 ich hab nur die Fenster kaputt gemacht. Ich hab die Fenster kaputt gemacht. Sicher? Ja, sicher. Okay. Kannst du das beweisen. Wo ist Riki? Oh mein Gott, ich seh Schlangen. Ich seh Schlangen. Ich seh Schlangen. Ich seh auch Schlangen. Richtig Partyschlangen. Da liegt ne Leiche. Ich steh in der Schlange und komm nicht. Was macht die Schlangen überhaupt? Du stehst in der Schlangen. Ich komm nicht raus. Ja, ich komm nicht raus. Schlange zu was? Warte. Warte, ich opfer mich. Ich opfer mich. Was macht man denn gegen die dummen Schlangen? Das sind schon hart, oder? Einfach töten. Wollen die töten? Ja. Aua. Hä? Oh Gott. Fully ist es. Nein. Yes. Ach man. Oh Scheiße. Oh mein Gott, Fully, ich wollte ja auch gekippt werden, weil ich Okkultist war. Was? Ich hab mit der Golden Deagle auf Fully geschossen und es ist nichts passiert. Ich hab dich einfach nur angeguckt und du so, guck mich lange an, ich muss sie töten. Also wenn man mit der Golden Deagle... Du hast mir quasi 20 Sekunden angeschaltet. Ich dachte, du holst dich was aus dem Traitershop, um mich zu killen. Du warst wunderschön. Ist du mir leid. Ich hab extra auf niemanden geschossen, sondern jemanden daneben. Und er hat sich so sehr geheilt, dass er es überlebt hat. Oh nein. Das heißt, wenn man mit der Golden Deagle auf den Nah schießt, dann stirbt er nicht. Oh das war so scheiße. Dann passiert einfach gar nicht. Das stimmt jetzt. Ich wollte die ganze Zeit politisch... Und ich konnte es einfach nicht sagen, weil ich Traitor war. Ich konnte nicht sagen... Ja. Ja. Aber als du angefangen hast zu schießen, hab ich noch gerufen, nein! Ach nein, wie lustig. Oh mein Gott, da ist er gestorben. Echt? Johnny ist gerespawned. Okay. Was heißt das? Dass er unbekannter war. Wait, bist du... Nee, warte. Entweder ist er unbekannt oder ist es Traitor. Hallo, ne? Ey, ich werde angeschossen. Das stimmt nicht. Ja, Mogi war. Mogi war. Okay. Volli war Auftragskiller. Oh, das nervt einen, ne? Dann ist es Johnny. Dann ist er als Traitor gerespawned, ja. Mist, ich hätte ihn direkt killen sollen. Alter! Boah! Alter! Ich verreck selber. Scheiße! Mann, ich hätte mir einen Valuichi holen sollen oder so. Kein fucking Bollotoff. Valuichi hätte dich auch gekillt. Mich auch, ja? Ja klar, das ist eine Explosion. Das ist ein Raketenwerfer. Ja, keine Ahnung, was ich hätte holen sollen. Ich wusste nicht mehr genau, was ein Unbekannter ist. Ich war sehr überfordert damit, dass ich keine Waffe hatte nach dem Respawn. Hey, Johnny ist ja gerespawned. Und ich so, äh, was heißt das jetzt? Ja, wenn du geholfen hättest, dann war das okay. Ja, ich hatte keine Waffe. Das soll man machen. Es gibt eine Waffe holen. Es gibt eine Waffe. Hab ich doch geholt. Wollte mich verarschen. Ich hab doch am Ende gekämmt. Ich hab doch am Ende gekämmt. Ich hab doch am Ende gekämmt. Brauch ne Waffe. Ist okay, Johnny, ist okay. Du bist einfach verbrannt. Brauch ne Waffe. Wie ein elendes Häufchen Asche. Alles gut. Nicht du? Warte, Moggy. Wie meint's mich? Warum mich? Ich hab doch was gesagt. Moggy! Hey! 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 Wieso sind das so viele? Wie funktioniert das? Man kann drei auf einmal spawnen. Was? Da bringt er gerade eine komische Waffe. Ich bin mir nicht sicher. Nimm mal den Magnetius Stick und drück er bis da unten steht. Spawn a Barrel. Was? Ja. Jeder Spiel kann drei fester spawnen. Ich wohnt... Ey! Ricky's Traitor! Ricky's Traitor! Du wurdest teleportiert? Ich wohnt teleportiert. Er ist oben auf dem Dach immer noch. Er hat gerade auch Hockey gekillt. Lüge, Lüge, Lüge. Das gibt eine Silence-AVP! Lüge, Lüge. Ricky und seine Silence-AVP. Oh! Nein! Nein! Schick doch endlich! Maeve? Nein. Bitte sag mir nicht, dass du's bist. Johnny ist bei mir. Ja, das seh ich. Ah! Shit, die Sardellen. Das wär ich jetzt nicht nett von dir, muss ich sagen. Ich wollte das ehrlich gesagt auch nicht so rummachen. Ich bin schon wieder so lost. Wo bist du? Was hast du jetzt vor? An dem Punkt? Hier und dort? Und du? Was wollen wir denn schönes machen? Ähm... Ah! Scheiße! Wieso denn? Wann wurde der scheiß Magnetius Stick ausgewählt? Ich hasse mein Maustrad, Junge! Ich hatte noch Warn-Rug. Mit den Zahlen. Dieser Warn-Rug. Kommst du genau dann? Musst du wohl eine neue Maust kaufen noch. Fiiiiiiineale! Wuuuh! John! Nice. Damn. Gott, ich hol hier wieder nichts. So ne Scheiße. Die Zeit, die fliegt bei mir. Ich hatte so viele Credits. Können, dass du Spaß hast wenigstens. Ich hab Spaß. Alleine Ricky und sein. Als ob ich nur Silence-AVP kaufe. Das ist besser, wenn ich unschuldig habe in diesem Runde, Alter. Das hat dich getriggert. Eigentlich wär ein bisschen, ja. Aber das kann ich ja nur triggern, wenn es ein bisschen war ist. Ich wollte das jetzt gar nicht machen mit dem Fass. Ich spiel die halt gerne, okay? Ja, okay, warte. Müsst du das nicht tun? Ja, man hat es auch mit Flamme befasst. Oh mein Gott, geh weg damit. Nimm das Magnetius Stick in die Hand. Ja, hab ich. So. Jetzt hab ich's doch freiwillig gemacht. Und dann switchst du mit R. Und dann steht da irgendwann Spawn a Barrel. Und dann steht da irgendwann Spawn a Barrel. Woher seid ihr? Mit dem Fass? Ne, ich glaub, die sind da hochgegangen. Spawn a Barrel. Ja, steht da. Ich hab doch gar kein Barrel in der Hand. Junge, drück R und bis da steht Spawn a Barrel unten. Oh, da ist eins. Und dann kannst du mit Linkstick welche spawnen. Ach so, das wischst du durch. Ja, okay. Willst du ihn wiederbeleben, Detective? Ah! Warum machst du das? Du hast das in Kauf genommen, dass ich sterbe. Hä, wie weird. Hä? Oh mein Gott. Was ist denn los? Oh mein. Oh mein. Es ist Hockey. Warte, darf ich da noch reden? Wenn ich Shinigabi bin, ich schätze nicht. Nein, darfst du nicht. Ach man. Darfst du nicht, aber danke. Dann tut's mir leid. Nö, kein Ding, du. Hat ja nur die ganze Runde zerstört. Ja, wieso darf man das nicht? Weil du eigentlich tot bist. Ja, ich leb doch aber wieder. Nein. Nein. Wir haben gesagt, Shinigabi, darfst du nicht reden. Aber es spielt keine Rolle. Ich hab dir ein Gebot, dass du ihn wiederbeleben kannst. Okay, okay, okay. Dann hast du mich erschossen. Aber du hast eh gewonnen, also. Ja, ja. Es war auch gar kein Stress. Wieso hast du überhaupt auf das Fass geschossen, wenn du innocent bist? Ja, ich hab's hinbekommen mit dem Fass. Okay, sehr gut. Danke. Du kommst schon jede Runde, wenn jemand mit dem Fass herumläuft, schießt nicht drauf. Ja, das stimmt. Und dann laufst du nach 10 Runden immer noch mit dem Fass rum und dann kommt, warum schießt du? Ja, ich hab halt, ich hab halt Schuss. Du musst ja auch einfach mal lassen. Ich hab halt... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Bonus! Bonus! Ich kann ja nicht sein. Okay, warte, ich will. Mach auch gern. So, jetzt... Was geht ab, Maeve? Und das Beste weiß ich noch gar nicht. Man kann dann die Farben von denen ändern. Weißt du das schon? Oh, doch. Ich hab gesehen, dass da so... Man kann die Farben von den Leuchten ändern. Achter, wieso kann ich... Ah, jetzt. Schlägt dem Fass doch glatt in Boden aus. Dingelingeling. Dingelingeling. Das ist so geil. Alle haben zu singen. Mh... Nee. Ey. Das geht ab. Hocky ist im Trätschirm. Hier sind ganz schön viele Fässer. Pass auf, dass sie nicht trauen. Hocky ist im Trätschirm. Ich glaube, dass Hocky es ist. Hocky ist im Trätschirm. Wieso? Ich hab auf'n Fass geschossen, warum? Statistisch... Hocky schießt. Ich hab auf'n Fass geschossen. Ja, hab ich bereits. Okay, ich eröffne die Jagd auf Hocky mit Brecheisen. Oh mein Gott. Es ist schon wieder Rikki. Immer Rikki, ey. Ist Rikki Detective? Nein. Ich darf das gar nicht. Warum schlägst du auf mich? Ich darf doch gar nicht. Ich bin immer bei euch. Ey, was soll denn das? Ich finde gut, dass wir trotzdem alle machen. Rikki hat überhaupt keine Autorität. Doch, doch. Warte, ist Rikki nicht Detective? Ich bin Detective. Oh, was? Er war Okutist? Oh, er ist Okutist. Oh, lol. Aber jetzt kommt der Mender als Unschuldiger wieder. Ich bin innocent, Jan. Ja, das stimmt. Siehst du? Er ist purem innocent. Ja. Gebiete auferstanden aus dem Feuer. Wie ein Föhn. Und dann kann ich ja eigentlich nur noch... Wie ein Föhn. Nix. Es dauert zu lange. Es könnten alle anderen sein. Das heißt, es sind Moggy und Maeve. Es sind Fully und... Es müssen auch noch alle sein. Es heißt doch nicht... Warum spielst du jetzt den Detective für Rikki? Weil unser Detective scheiße ist. Die ganze Zeit schon. So. Da siehst du das. Ahhhh. Hat der Detective den anderen Detective angezündet? Ich bin auch Detective. Fake Detective. Hallo, Moment. Warum schießt ihr alle? Moggy hat angefangen zu schießen. Auf wen? Maeve, bist du meine Seite oder nicht? Was? Ich bin beide Seiten. Was heißt das, beide Seiten? Er ist unsichtbar. Er hat sich teleportiert, die Sau. Scheiße. Ich bin Detective. Ich mach das. Niemand ist... Confirmed, ne? Happy. Ich glaub, er hat dich. Warte, ich bin Detective. Ich mach das. Oh. Kannst du jetzt mal aufhören? Ich hab keine Munition. Warte. Oh, nein. Ich trau auch nicht mehr. Komm schon, Rikki. Nein! Oh, Maeve. Aber es war knapp, oder? Warum habt ihr auch nicht auf die Detective gehört? Was sind das für eine Teleportationsknarre, Maeve? Teleportationsknarre. Das war ja voll krank. Aber Maeve, das war knapp, oder? Damit kann man sich entweder dahin teleportieren, wo man hinstellt, oder die Position mit jemandem austauschen. Und Kussi. Ich möchte übrigens anmerken, dass mir die Düse gegangen ist, als Rikki gesagt hat, Odi was macht was, also müssten es wohl Bogi und Maeve sein. Wir auch. Er wusste genau... Ich wollte genau sagen, ich hatte recht. Wollte ich mit dem Toni, ja? Dankeschön. Und damit ist das ein Vorgeschmack auf den nächsten Part. Halt was mit von mir. Yay! Nächster Part! Tschüss! Warte, ich dachte, das war eine Bonusrunde. Oh! Nein! Ja! Das war eine Bonusrunde! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Wir haben auch noch die Bonusrunde. Schön! Oh Mann! Hall NC ja. Wenn man es treasured, ja. Das war's für heute.